Wie schon so oft habe ich mich durch die Natur inspirieren lassen für mein neues Gemälde. Dieses Mal haben mir diese wunderschönen Blumen eine Idee gebracht. Und damit bin ich dann zurück in mein Atelier und habe direkt angefangen zu malen. Ich lade dich jetzt also ein, mach es dir bequem und genieße diesen Film und lass dich natürlich dadurch inspirieren. Ein Tipp an dieser Stelle, diese Folie, in welcher die Leinwände verpackt sind, ich schmeiße die nicht weg. Ich entwärme die ganz vorsichtig und kann sie dann später für die Folientechnik nutzen. Das ist ein abstraktes Bild auf einer Pappe gemalt mit Temperafarben. Und das nutze ich jetzt, weil das Farbig so gut gepasst hat zu meiner Idee. Und schneide die Formen daraus, die mich an die Blumen, die ich vorhin im Wald gesehen habe, erinnern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist die Oberfläche und das zeige ich dir jetzt noch in dieser Nahaufnahme. Es ist jetzt alles feucht und ich lasse das Bild jetzt erstmal trocknen und am nächsten Tag geht es dann weiter. Und jetzt beginnt die Ausarbeitung, indem ich die Formen mal stärker betone, mal andersherum verschwinden lasse und damit immer näher an mein Motiv herankomme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber jetzt erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist, dass du auch immer wieder zu mir kommst, dass du meine Videos anschaust und auch kommentierst. Und wenn du hier neu bist, dann lade ich dich direkt dazu ein, abonniere meinen Kanal, aktiviere auch gleich die Glocke, damit du keine weiteren Videos verpasst, weil ich weiß, dass einige von euch mich schon mal verloren haben und dann wiedergefunden haben, weil Algorithmus meine Videos nicht mehr ausgespürt hat. Deswegen ist es besser, wenn du auch die Glocke aktivierst, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn die neuen Videos erscheinen. Ich wünsche dir eine schöne Woche, möchte aber noch etwas zeigen. Ich habe ein neues Buch in meinem Shop. Das ist quasi eine Verlängerung von meinem ersten Buch Meditativer Malmethode. Dieses Buch ist ein ganz besonderes und das zeige ich dir jetzt, warum. Dieses Buch ist schon länger zu kaufen, gibt es zu kaufen. Das hier ist aber in meinem Shop neu. Ich habe mit diesem Buch mit meinen Mentees gearbeitet. Das ist also ein Mentoring-Programm. Ich lage das auf. Dieses Buch ist nach Mema aufgebaut. Es ist eine kreative Reise zu sich selbst. Hier ist der ganze Inhalt. Ich habe das also aus einer Reise aufgebaut. Und da sind die Stationen. Diese Stationen habe ich nach Chakren-Prinzip geordnet, so dass wir bei Orientierung anfangen, durch alle Stationen hindurchreisen. Bei jeder Station gibt es Aufgaben und letztendlich kommen wir bei Spiritualität an. Hier ist nochmal die Beschreibung. Und dann geht es los mit den Aufgaben. Was noch besonders an diesem Buch ist, zu jedem Thema, zu jeder Station gibt es QR-Codes, die du ablesen kannst. Da sind die Meditationen hinterlegt, so dass du auch wirklich aktiv meditieren kannst. Und auch hier drin malen kannst. Malen, schreiben. Hier gibt es verschiedene Tabellen zum Ausfüllen mit Fragen. Und es gibt auch Videos, die du auch per QR-Code abrufen kannst. Das sind immer die Mandalas, die du dann nach einer Anleitung malen kannst. Zu jedem Chakra malst du also dann auch ein Mandala. Es ist ein sehr schönes Buch. Ich habe ein sehr gutes, positives Feedback für mein Programm bekommen. Und dachte, ich möchte dir das nicht vorenthalten. Also kannst du dir das jetzt in meinem Shop holen. Bis zum nächsten Mal.